Und was sind diese Urkräfte in uns drinnen? Jeder kennt es. Mein Hauptbeispiel ist das Gähnen. Gähnen kann man nicht stoppen. Gähnen kommt. Ich kann zwar so tun, als ob ich es verbergen möchte oder ein bisschen unterdrücken, aber ich kann diese Energie nicht stoppen. Sie geht durch mich durch. Es ist die Urkraft in uns. Wenn ich jetzt weiß, wie die Idealkoordination durch stabilem Leben ausschaut, wenn ich weiß, wo ist der Innenraum, wie lenke ich diese Energie durch den Körper durch, dann gibt es Offenheit und Freiheit. Das heißt, gibt es bei einem Gelenk eine Verspanntheit, eine Enge, eine Verkürztheit, dann kann ich dieses durch Gähnen, Regeln und Strecken diesen Punkt anvisieren, um diese Gähnenkraft durch mich durchzulenken, um die Öffnung zu unterstützen. Wenn ich jetzt weiß, wie die Idealkoordination ist, den Innenraum verstehe, dann kann ich dieses Gähnen durch mich durchlenken. Und ihr wisst, es gibt dieses Gähnen, Regeln und Strecken, wo der ganze Körper dann mit in diese Bewegung geht. Und ich kann bei blockierten Gelenken diese Gähnenergie an diese Stelle lenken, die hier verkürzt, komprimiert und verengt ist. Dadurch kriege ich diese Öffnung von innen, diese unterstützende Kraft, mit der ich in stabilem Leben überwiegend arbeite. immer wieder zum Thanos zum zum